Kreuzweg der Liebesflamme vom 5. April 1996, Kaufreitag. Zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Mutter Gottes, meine Kinder, kommt heute mit Jesus und mir vereint auf den Kalvarienberg. Wollte ihm in allem nachfolgen und euch nach meiner Führung richten. Durch die Liebesflamme meines Herzens erleuchte ich euren Lebensweg. Erste Station. Jesus wird zum Tod verurteilt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein Heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Pilatus, obwohl er die Wahrheit erkannte, hatte er Angst, sich danach zu richten. Bittet um die Gnade der Erleuchtung und um Mut, die Wahrheit zu befolgen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigte, Herr Jesus Christus. Erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Zweite Station. Jesus nimmt das schwere Kreuz auf seine Schultern. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Jesus umarmt das Kreuz und drückt es an sein Herz. Obwohl er weiß, dass es ein Werkzeug seiner Leiden ist, freut er sich dennoch, weil dieser Baum einst gefrucht, zur Erlösung produzierender Baum sein wird. Er will euch ein Beispiel geben, wie ihr Gottes Willen empfangen sollt. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Gekreuzigte, Herr Jesus Christus. Erbarme dich, unser, und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Dritte Station. Jesus fällt zum ersten Mal unter der Last des Kreuzes. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Ach, mein geliebter Sohn, ich begleite dich. Jesus fällt, er steht aber wieder auf, um sein Kreuz weiterzutragen. Auch wenn ihr hinfallt, stützt euch auf die Kraft der Gnade und wandert weiter auf dem Weg der Christus nachfolge. Vater Utzer, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesklamme. Jetzt und in der Stunde unseres Absterben. Amen. Gekreuzig, der Herr Jesus Christus. Erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Vierte Station. Jesus begegnet seiner betrübten Mutter. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Ach, mein geliebter Sohn, ich begleite dich, ich bin mit dir. Leide mit dir, damit ich nach Gottes Bestimmung im Werk der Erlösung deine Gefährtin sei. Die vielen Sünden der Menschen kann man nur so versöhnen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigte, Herr Jesus Christus. Erbarme dich, unser, und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Fünfte Station Simon von Serena hilft Jesus das Kreuz tragen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein herrliches Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Helfende Hand Ach, meine Kinder, zögert nicht, wenn man anderen helfen muss. In allem soll euch die Liebe leiten. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebeskomme. Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigte, Herr Jesus Christus. Erbarme dich, unser, und hilf den armen Seelen. Im Fegefeuer. Sechste Station. Veronika, reicht Jesus, das Schweißtuch, da? Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein herrliches Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Mitfühlende Liebe, wenn ihr euren Mitmenschen helft, so helft ihr auch damit, Jesus. Und Jesus prägt sein Abbild in eurer Seele, damit sich in euch seine Gesinnung bildet. Vaterunser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflutet die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzig, der Herr Jesus Christus. Erbarme dich, unser, und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Siebende Station Jesus fällt zum zweiten Mal unter der Last des Kreuzes. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Wiederholt fällt das unschuldige Lamm wegen der Last der Sünden. Ihr fallt immer wieder in eure Sünden. Schaut jedoch auf den Sohn Gottes, der für euch zum Opfer wurde. Und aus sein geduldiges und gehorsames Kreuzragen schöpfert immer wieder neue Kraft. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht im Versuchen, sondern erlöse uns von dem Über. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Herr der Gottes, bitte für uns arme Sünder, beflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigte, Herr Jesus Christus. Erwarme dich unserem Tier, den armen Seelen im Fegefeuer. Achte Station. Jesus tröstet die weinenden Frauen von Jerusalem. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Weinet nicht um meinetwegen. Das Weinen genügt nicht. Für die Sünder muss man sühnen. Mit dem Opfer meines göttlichen Sohnes verbunden, mit dem mir vereinte Gesinnung wollt, sühnen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken. Deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzig, der Herr Jesus Christus. Erbarme dich unser und hilf den armen Seelen und Wegefeuer. Neunte Station. Jesus fällt zum dritten Mal unter der Last des Kreuzes. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein herrliches Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Der letzte Zustand der Erschöpfung. Jesus will in seiner unendlichen Liebe auch die hartherzigen Menschen auf den Weg des Heiles führen. Es ist von Nöten, dass jemand auch in der heutigen Zeit für sie Sühne und Buße leistet. Vater Oster, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzig, der Herr Jesus Christus. Erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Zehnte Station. Jesus wird seiner Kleider beraubt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Jesu heiliger Leib wird seiner Kleider beraubt. Er büßt wegen der Schamlosigkeit und Siedenlosigkeit der Menschen. Ach, welch tiefer Schmerz spaltete mein unbeflecktes Herz. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übe. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünde, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deine Liebesklamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigte, Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Wegefeuer. Elfte Station Jesus wird ans Kreuz genagelt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein Heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Die rohen Nägel verschulden es, dass seine segnende Hand, seine die Sünder und Irrenden suchenden heiligen Füße unbeholfen geworden sind. Jesus eifert uns ununterbrochen an uns, dass eure Hände sein Hände. Eure Hände, eure Füße, seine Füße sein, und eure Herzen sein heiliges Herz. Somit sollt ihr alles mit ihm vereintun. Immer mit ihm fühlen und mit ihm den Vater im Himmel verherrlichen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde. Unser tägliches Brot geb uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebeneidit unter den Weibern und gebeneiditest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigte, Herr Jesus Christus, erbarme dich unter und hilf den armen Seelen im Fegerfeuer. Zwölfte Station Jesus stirbt am Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlost. Die Erlösung ist vollzogen. Der Erlöser hat seine Sendung erfüllt. Es ist Gottes Wille, dass ich mit meinem Sohn bis zum Ende der Zeiten in geheimnisvoller Weise aber immer mit euch sein soll. Ich als Miterlöserin begehe mit meinen Kindern ihren Kreuzweg und lasse sie teilhaben an den Früchten der Erlösung. Einen jeden Menschen, möchte ich daran teilhaben lassen. Vaterunser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigte, Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. 13. Station Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in den Schoß seiner heiligsten Mutter gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein herrliches Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Mein teurer Sohn, mein einziger, das war also der Wille des Vaters, der letzte Beweis der Liebe. Insoweit es möglich ist, bleibt ruhig und gelassen, wenn er den Willen des Vaters vollzieht. Einst werdet ihr es ohnehin erkennen, dass dies dennoch das alleinige und das einzige aufrichtige und sichere Handeln war. Vaterunser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gekreuzigte Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Jesus wird ins Grab gelegt, 14. Station. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, umreißen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Der teure, heilige Leib ruht im Grab. Ich wartete mitten im eifrigen Gebet auf die Morgendämmerung von Ostern. Den Anbruch des dritten Tages, meine Kinder, möge eure Lage noch so aussichtlos sein. Mitten im eifrigen Gebet erwartet die Ankunft der Gnade Gottes, die Morgendämmerung. Jesus, ich bin auferstanden. Halleluja. Und jetzt bleibe ich für ewig bei euch. Halleluja. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzig, der Herr Jesus Christus. Erbarme dich, unser und hilf den armen Seelen. Enfigur für ja.